Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Daggerfall. Ich meine, ist es jetzt lang genug her, dass wir wieder hier hin können, nach die Renni-Turm. Ja, 19 Tage. Also, und das waren auch 19 Tage in die andere Richtung. Ähm, das ist mehr als genug Zeit. Oh, warte. So. Ah, okay. Wir müssen... Erstmal hier so pennen. Komm, da kommen gleich bestimmt ein paar Gegners. Sieben Stunden haben wir noch, bis die Gegend... Äh... So. Ich hoffe, die hat was. Die... Ich hoffe, die hat vernünftige Ausrüstung. So. Nochmal sieben. Das müsste jetzt genug sein. So. Und ich hoffe, die hat... Die hat leider nix daidrisches. Das schade ist. Aber wir müssen jetzt hier wieder rein. Machen hier nochmal ein Save-Game auf die zwei. So. Und natürlich kommen die ja wieder alle her. Ah, da oben ist doch der Subtubi. So. Kommt die jetzt her, oder? Die ist ja da. Ja. Tschüss. Ja, komm her. Komm. Was? Äh. Das war jetzt... Warte. Oh. Schnell wieder... Schnell wieder gehen. Schnell eben. Eine Siedlung finden. Suchen. Singberry. Das muss reichen. Wenn die uns auf einen Schlag hier auseinander nehmen kann. So. Dann machen wir hier erstmal... Äh. Spellburg. Lycanthropie. Wie. Ich kann hier jetzt... das hier nicht machen. Ach nein. Dann... Gehen wir erstmal hier rein. So. Wir haben jetzt ein bisschen was... zum Verkaufen für ihn. Wenn ich hier jetzt was Dädrisches brauche. Was ich brauche. Krässlichen Besen. So. Aber wir gehen lieber wieder raus. Und ich habe jetzt eher wenig Lust... den Besen zu fressen. So. Dann würde ich sagen... Wir machen hier nochmal so... 24 Stunden. Also. Wir haben... 12 Kunden. So. Okay. Wo sind die Gegners? Ah. Hier ist der Gegner. So. Da wir kaum Leben haben. Nochmal ein Save Game. Auf die 1. Und... Leutern nochmal für 12 Stunden. So. Acht Stunden haben wir noch vor uns. Wo ist denn der... Ach so. Der hat aber nichts. Und... Wir machen nochmal 12. So. Die falschen Gegner. So. 10. Müsste jetzt reichen. So. Wie sieht es aus? Wo sind die Menschen? Da haben wir wieder unschuldige. So. Spellbook. Lykantropie. Genau. Wie sehen wir uns? Gar keine Gesundheit hier. So. Und da können wir alles wieder verkaufen. Haben wir hier irgendwie... Ne. Wir haben nur diese 2 Läden. Gut. Dann... Gehen wir trotzdem mal in den D-Renny-Turm wieder. Und rein da. So. Dann machen wir hier wieder... Savegame. Auf die 2. Können... Alles hier wieder... Removen. Sonst haben wir nichts mehr, oder? Nö. So. Mitnehmen. Komm her. So. Kubi. Ähm. Jo. Und tot. Die müsste jetzt auch gleich wahrscheinlich kommen. Geht das jetzt hier? So. Hier können wir. Du bist mir egal. Ne. Dann können wir mitnehmen. Alles in den Wagen. Hier haben wir. So. Das können wir weg. Das nehmen wir mit. In den Wagen. Auch nur mit dem Gold. Eins. Sieben. Drei. Neun. So. Da können wir... Welcher Gegner hat man wieder hier? wer du ist mir jetzt egal dann gehen wir hier unten du komm ich will doch nur hier endlich mal wieder alles voll haben ja ach nö ernsthaft so ja was ist mit dem so der hat sogar was so dass wir jetzt schon wieder einfach mal werwolf sind können wir hier jetzt ja ich habe keinen bock auf werwolf jetzt zu sein warum warum ausgerechnet jetzt werwolf nee will ich nicht nee so for a while 24 kunden so müsste jetzt gleich vorbei sein ende mit diesem fluch für heute dann machen wir jetzt hier nochmal ein save game auf die zwei so die beiden machen wir auch noch mal kaputt so bitte einmal sterben nehmen wir mit und nehmen wir auch noch mit so bevor wir jetzt hier runter springen einmal wieder save game so bitte drauf gehen ja haben wir geschafft so jetzt noch mal schauen welcher weg waren das genau hier vorne das ist der so so einmal zu medora dann war das hier geradeaus durch die hat mich jetzt erwischt ähm nee komm ähm nee das wollte ich jetzt nicht so können wir können wir hier unten einmal kurz resten aber wer du wieso jetzt muss es gehen ah da ist die hier immer so kann ich hier kann ich hier hier funktionieren an die wand funktioniert climbing jetzt nicht so okay ist aber auch eine gefährliche muss man sagen genau hier richtig jo hier bitte einfach genau danke so und dann hier wo haben wir den geist hier so dann machen wir hier auch noch mal wieder ein save game und dann müsste es das hier und das hier glaube ich gewesen sein komm einfach drauf gehen so können wir noch mal hier resten ja nee aber das waren jetzt die falschen okay dann war das die seite hier und hier dann war das so rum genau so und jetzt schnappen wir uns mal die beiden geister dass die hier auch immer zu zweit sind das heißt da vorne ist wieder der licht ja magischen bracer so und wie weit ist sie denn das der hat ist alles ja ich es es zu nicht du es schau l wir haben das ein not on the field of Kringain, where they erected that monument to him. If you do speak to him, could you tell him I still love him? That will not be a barrier to us for long. Kringain war also the field of Kringain war also sein Schlachtbild, wo ein Monument von ihm errichtet wurde. Aber okay, das heißt, jetzt müssen wir erst offiziell zu Lysandros Grab, oder? So, Madara has given me a powder that will soothe the spirit of Lysandros. However, it will not lay his shade to rest, but only calm it. Now I need only to find his tomb and use it. So, das müsste aber schon fertig sein. Kann ich nochmal mit der quatschen? Nö, kann ich mit der Katze quatschen? Mit dem Kajit? So, wo sind jetzt die Türen wieder aufgegangen? Genau, hier wieder raus. Das heißt, jetzt müssen wir offiziell nach Menevia einmal alles raus... Wir haben jetzt eigentlich alles rausgefunden, was wir wissen mussten. Das heißt, wir wollen uns jetzt nur noch zurück. Äh... Repple Mode? Autsch. Was war ein Repple Mode? So, dann hier jetzt nach oben. So... Ja, genau. Mach mich... Mach mich fertig. Kleines Arschloch. So... Save Game auf die 2. Dann müssten wir hier jetzt gleich den Weg wieder raus haben. Genau, hier. So, das reicht. Dann können wir jetzt gehen. Dann hoffentlich war das jetzt das letzte Mal im Dereniturm. Und dann müssen wir hier nach Menevia. So, wir gehen aber direkt in die Hauptstadt Menevia. Vier Tage. Und klappern einmal kurz die Läden ab, damit wir verkaufen können. Wir haben ein bisschen was gesammelt zum Verkaufen. Das muss erstmal weg. Ach, hier. Das ist da vorne schon der erste Laden. So, was haben wir hier? Ah, der Gewürzladen. Da haben wir ein paar Ingredients. So, und hier nochmal. Wir werden aber hier jetzt nichts kaufen gehen oder so. Ach, das ist wieder ein Kräuterladen. Also, wir werden jetzt hier nichts kaufen, sondern eher nur verkaufen, dann wir weiter zum Grab Milisandos gehen können. Weil das mich jetzt gerade mehr interessiert, als die Ausrüstung, weil wir jetzt soweit sind. So, wie sieht es hier aus? Was kann ich denn alles andrehen? Ein bisschen was auf jeden Fall. Obwohl, ein bisschen gucken kann man schon. Ein bisschen gucken tun wir mal. Hier hat er nichts. Hier hat er nichts. Ja, ok. Haben wir sonst noch was im Inventar? Die Bracers. Und Klamotten. Ja, ähm. Remove Gold können wir. Die 7594. Packen wir alles mal da rein. Ne, hier wollten wir nicht. Hier können wir verkaufen. Ich glaube, hier können wir dem das alles andrehen. Haben wir sonst nichts? Für den, ok. 6 Volt. Hat sich doch gelohnt. Und dem können wir dann wahrscheinlich die Magic Bracers andrehen. die Magic Bracers andrehen. Oh, diese Ruckler vom Game gerade. So, was haben wir noch für den Wagen? 409. Das war's. Dann brauchen wir hier im Grunde nichts mehr. Wir können direkt in den Grab von Dysandos gehen. So, Safe Game auf die vier. So, dann sind wir hier jetzt drinnen. Ah, wir dürfen nochmal alles von vorne hier absuchen hier. Wohl ein bisschen haben wir schon. Ein bisschen haben wir hier schon geschafft. Ja, wir werden aber nicht alles normal machen. Dann gehen wir lieber hier. Wo? Und schnappen uns lieber. Ne, hier war das nicht. Ja, komm, prügel da weiter gegen. So. Dann bleiben wir hier. Und können dann danach gerne nochmal alles wegräumen, wegpacken. Also ablooten, durchsuchen. So, dann nehmen wir auch noch alles mit. Und wieder hier rein. Wohl einmal nochmal vielleicht Safe Game auf die zwei. Genau, das hat nirgendwo hingebührt. Und wie sieht's hier aus? Hier ist kein Gegner. Komm, geh rein. Geh auf. Hier muss jetzt jemand sein, ne? Ne. Hier ist ja niemand. Haben wir gleich eine Tür verpasst? Eine geheime? Irgendwo? Da oben haben wir eine verpasst. Schnell dahin. Ne. Das ist nur ein Portal. Da. Können wir eh nicht durch. So. Finde ich super. Wie der mich hier erstmal kaputt macht. Was Magie angeht. So, nochmal auf die zwei. Hinter der Tür ist jetzt nichts. Okay. Ohne Spinne. Und dann gehen wir mal runter. Mal gucken, was wir hier jetzt alles finden. Ja. Wir gehen mal hier hin. Jetzt ist wirklich die Frage, wo müssen wir genau hier hin? Irgendwo müssen wir ja das Pulver hin tun. Hier im Grab von die Landers. Was sind die jetzt hier? Ah, okay. Das war jetzt nur im Kreis, was ich jetzt hier habe. ich jetzt gemacht habe. Obwohl, da oben ist noch eine Tür. Eine geheime. Hier. Aha. Was finden wir hier? Okay. Ein bisschen was gefunden. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir da unten an? Und wenn wir hier jetzt runtergehen würden. Boah, ich dachte schon, ich fahre runter. Und uns fehlt ja noch hier so ein Raum. Da haben wir den. Der hat nichts. Das ist kein Portal. Okay. Dann fehlt uns nur noch dieser Weg. So, wo bringt er uns hin? Kommen wir jetzt zu Lysandrus? Ich finde das heftig, wie die hier die Magie so schnell kaputt machen. So, haben wir irgendwas verpasst? Nope. Bisher noch nicht. Das war jetzt ein sehr langer, weitläufiger Bereich. Das war jetzt... Das war jetzt... Okay. Sehr interessant. Alle mit dem Rücken zu mir. So, irgendwann müssen wir gleich wieder zurück. Worausgesetzt, wir kommen irgendwie zurück. Wie sieht's hier jetzt aus? Kommen wir hier irgendwo weiter? Nee. Hier geht's für uns nicht weiter. Weder nach unten, noch nach oben. Oder sonst wo. War jetzt der komplette Weg umsonst? Ich hoffe nicht. So, dann... Gehen wir nochmal gucken. Irgendwo muss so weitergehen jetzt, wirklich. Also... Ich will jetzt hier nicht, äh... umsonst hingelaufen sein. Ich höre hier die ganze Sache irgendwo irgendwas. Ich glaube, wirklich bleibt das hier. Das müsste das sein. Wenn wir hier nochmal hochgehen. So, wenn wir den Weg jetzt da hoch wieder finden. Oh. So geht's auch. So. Okay. Hier geht's auch nochmal. Nach oben. Und hier haben wir auch noch eine Tür. Oder ist das der Teleporter? Wenn wir jetzt hier... Da lang gehen, geradeaus. Und dann... Erst runter und dann wieder hoch. Nee. Hier ist... Noch eine Tür. Okay. So, erstmal ein Decker voll hart was hier. So, was bringt mir jetzt hier zu sein? Ich weiß jetzt nicht, aber... Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hier weiterkomme. Ja, vielleicht müssen wir auch erst mal... So alles hier erkunden. Vor allem hier hinten fehlt uns ja noch ein bisschen was, wie ich sehe. Aber das werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge machen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020